Ach lau aber nicht, totzääää Schnellreise Concordia Dann müssten wir jetzt gleich Concordia? Jo genau, Schwarzmarkt kaufen jetzt Jajaja Schwarzmarkt 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 Asi 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 Warte mal, warte mal, wir können doch Äh Reizenmaul Wo ist denn der Schwarzmarkt, man, ist der da hinten? Guck nicht so, hallo guck nicht so blöd Hier ist er Ähm Ja erstmal Rucksack erhöhen, sicher Nochmal Rucksack erhöhen Hey was hast du, hast du dich letztes Mal leer gekauft? Ja letztes Mal gekauft, ja, aber trotzdem Hat mir auch schon mehr angezeigt Na ja Ja Äh, den Rucksack nochmal, okay, das brauche ich irgendwie nicht Pumpkan auf jeden Fall Und Granaten so, ich bin leer gekauft Ja guck mal wieviele Rucksackplätze hast du Hau sie nicht Weil ich hab jetzt, guck mal, ich hab jetzt 21 Wurde egal Wurde Wurde Was hast du, ich mach? Hm? Schlüssel Ich hab auch welche Äh, Jack Granaten? Wow Nice Was? Ich will auch rein Na großartig Wassi Hallo Oh Ich hab eine Aufnahme vom Bett geflüstert zwischen den Büriff und Serena Der Lieblingsgescher des Zeugers Oh Das Level, ne? Mhm Wurde ich keinen Granaten bekommen Aber wirklich Fuck Finde Finde TP Finde Kacke Boah einmal will ich noch Jetzt hab ich die Gier Finde Kacke im See Ok, wieder Waffen Was kann ich die Schlüssel? Wie eigentlich noch Also nicht, einmal mach ich noch Weck da Das war ich jetzt Ne, doch das war's Das war ich Das war ich Alter übertreib Meiner Arschloch 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 So, da kann man Ich mach nochmal Oh, Centos Guck mal Granatwerfer Nice, Granatwerfer, ja Ja Ja, jetzt lass ich erstmal sein Ich muss wieder paar Schlüssel sammeln Benner Warum Benner? Benner Warum das denn? Benner Ich muss jetzt noch paar Waffen loswerden wieder Ich hab keine Schlüssel mehr Ist natürlich blöd den blaster behalte ich den tue ich weg so ein was machst du da schon wieder ok macht doch gar nichts weißt doch ja wie geil weiter scheiß kopf wieso ist meine metafor ach ja stimmt ja er wird zu viele waffen jetzt ja und ich tue noch die verkaufen dann habe ich wieder platz das aus kittler sehen noch in hatte geschwindigkeit erst bald auch noch darf ich weiter aber ich kann die quest abnehmen dann gehe ich noch ohne spieler automaten eine ganze müll verkaufen den ich hier habe jetzt ich generell ist vor allem die ganzen granaten ich habe noch ein neues baustoff geholt das hatte ich mir auch geholt deswegen habe ich diesen eischaden ja warst du das ein schaden jup hast du so oder so waffen 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 oh ja nie ist klar peunig peunig dein welt ist erdlos weil du es nicht ausgibt ich glaube noch dazu na ja fragezeichen er sieht er ist glaube ich unten irgendwo schwarzes brett ist es durch annehmen ist banal des level 5 so was annehmen ist ab level 5 gedacht auch wieder ein ding zum obwohl wir könnten es annehmen und dann halt zwischendrin machen wenn es noch ach guck mal das ist für reisen warum muss jetzt so viel dazwischen kommen kann er die jetzt mal annehmen danke ich bin dein führer du würdest konkurren dir einen dienst erweisen es soll auch dein schaden nicht sein ich will mir jetzt in dir das ist ein ich will mich verraten und laut meinem akten hat der bürer fliegt die erforderlichen gemäligungen für derlei aktivitäten und dadurch ist meine erklärung gar nicht geantwortet zentos verlassen hatte kampf verlassen rausgeflogen bin ich aber nur aus dem spiel ich kann es glaube ich auch beitreten hat nur gedacht bis es mir da macht naja passiert auch wie möglich schon eine stunde ja klar eine halbe stündchen klingt immer gut dann die gegner werden stärker die werden nicht stärker die wende für uns beide zusammen leicht oh geil wenn du noch mal brauchst ich kann anpassen stimmt ja ich möchte kein bagger mehr ja mann ich finde das eigentlich voll geil jetzt bin ich denn heute in lokomotive ich bleib halt zum haul wo müssen wir jetzt eigentlich hin da oben ne kann sein oh jetzt ist das ding auf richtig ich bin der goldene bagger heute genau ich bin der goldbagger ich bin der goldbagger ich bin der goldbagger ja komisch und das war im letzten mal auch so schnell ich glaube da war das ding langsamer ja da hat's auch mitten drin angehalten büro des büroes ist wegen den ladezeiten sonst müssten wir das büro ja mit laden immer